Weit aber... Ich hoffe es... ...nerft nicht ganz so mit dem Essen wieder. Ja, ich würde dich appetieren. Ja, das ist ja ganz gut. Die anderen sind mir ja egal. Was? Wird das wohl? Oder? Warte mal... ...für uns auf den... ...kuss... Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich aufgehört habe letztes Mal. Weißt du das noch? Weißt du das noch? Was? Die höchsten Höhle ist dort, wo dieser Doppelboss ist, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich wollte mich irgendwie gerade leveln. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte mich irgendwie gerade leveln. Was? Ich weiß nicht, was ich hier bin. Ich habe ihn nicht... ...nö, die haben ihn nicht auch. Auf gehen! Ich weiß nicht, was ich hier bin. Der jetzt läuft ganz gut. Guckst du denn schon zu, oder? Ja. Okay. Der jetzt läuft ja ganz gut. Oh, meine Seen. Ich weiß nicht, ob welche sind. Was kämpfen die doch? Was? Hier, guck mal meine Räufe an. Da hab ich einfach durchgelaufen. Ja. Geht doch. Ich wurf mir da in den Köpfen. Der wohnt gar nichts außer weg. Du darfst heißen. Okay, jetzt geht's gerade überhaupt keiner. Es macht auch mal was... Ich auch nicht. Das kann sich gleich nicht mehr. Ich weiß nicht. Wann, ja? Weiß ich. Vielleicht gibt's auch keinen. Oh mein Gott, ich bin dumm. Mann, ging so gut an. Also nicht der 2. davon, aber... Ja, stimmt, das ist ja ein bisschen verzögert, ne? Ja. Guck mal, dann kann ich beim Sprechen spoilern. Ja, kannst du. Ich hoffe, man kann dich auch im Stream ein bisschen hören. Man hört mich. Achso, du kannst auch... Ja, okay, dann wäre ja ein bisschen... Dann ist doch ganz gut. Falls jemand reinkommt, hört er dich. Dann kann man hören, wie ich die Post lacht, ne? Ja. Ist auch noch lustiger. Ja. Wollt ihr mal? Ich bin da verspürt. Der ist eben noch gut. Boah. Drei, zwei, drei. Wanns du brauchen die ganze Zeit? Wirklich? Aber die merke ich jetzt nicht. Ich höre sie. Ach, die wegge ich automatisch. So, ich dachte, ich habe meine Vorstände. Okay. Geht doch! Wo sieht er rüber? Das ist immer nö, ne? Ähm... Ne, da ist nicht... Also ist halt der Ausgang zu den Wachen... Ja? Jetzt seh ich auch nur da... Aber geschafft diesmal... Ja... Bin jetzt schon komplett nass geschwitzt, aber... Ne, ab hier wird das später jetzt weg... Boah... 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 Hör doch auf... Ich seh doch nicht mehr an... Ich glaub auch nicht, dass ich einen Drachen besiegen werde... Was ist denn sonst ne richtige Breite möglich? Ähm... Probable... Ja... 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 Das kann ganz lustig werden... Ja... 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 Du hörst dich jetzt selber... Hört man dich gut zu? Ja, eigentlich ja... Also... Leiser ist sicher... Ja... Warte mal... Ich kann dich ein bisschen umpositionieren... Ich hab dich einfach auf ne Kerze gestellt... Ja... Aber ich bin halt so... Ich hör mich... Also... Ja... Ja... Aber das muss... Fast gleich sein... Also... Ist es auch... Dann ist gut... Wenn wir das schon so unprofessionell machen... Haha... Ach... Es ist gar nicht dunkel... Gutes bei mir steht nur ein Zustand... Dann kann ich mich nicht blamieren... Naja... Immerhin... Danach kannst du dann vorne zeigen... Was... Hör auf... Wir müssen auf jeden Fall später zusammen spielen... Oder ich muss... Nochmal... Irgendwie... Ne andere... Erstmal... Mach ich auf jeden Fall den Einser... Da hab ich bisschen Bock drauf... Hab ich jetzt auf Nacht gemacht... Guck mal... Das ist Nacht... Das sieht genauso hell aus wie vorher... Ja... Hier... Ich hab gar nicht erkannt... Das ist dunkel... Ich weiß nicht... Also... Gestern hab ich kurz gespielt... Und hab dann auf einmal... Warte mal... Welcher... Welcher Busch ist das? Der ist das schon mal nicht... Der auch nicht... Ach... Egal... Dann bleib ich jetzt in seinem Busch... Ich hab's geschafft... Ich hab immer Probleme mit denen zu finden... Ich hab immer Probleme mit denen zu finden... Jetzt hab ich die Nähnadel abgeholt... Bevor ich ihn getroffen... Ja... Ich hab die ja vor eben... Im Dungeon da bekommen... Jetzt hab ich ihn angesprochen... Jetzt spreche ich immerhin... Ah... Guck mal... Dahinten... Ich hab den Drachen... Das finde ich... Kommen... Hör auf... Ich will die erst mal wegmachen... Wieso... Ich hab mich nicht eingeschickt... Wieso... Weißt du... Wie lange wir sehen sollen... Die ganze Zeit schon... Ding... Ja... Wem wie sieht der an... Kein... Okay... Das bringt ein bisschen Spaß... Boah... Ich hänge fest... Ey... Alles geht im Durchrollen kaputt... Weil so... Ah... Ja... Ein 20sten... Ein 30sten... Staden gemacht... Mit der... Hofmesse... Also... Gar nicht... Wie läuft eigentlich der Stream so... Buckelt das sehr oder... Also die Auflösung ist, äh, zu Bonta. Jetzt sieht man das und dann muss... Das ist... äh, gut. Ich bin meine Sehnsucht, warum ich gestoppt habe. Hat da so nicht. Okay. Da wollte ich auch noch gar nicht hin. Ey, das... das wird nie was. Da kann ich das schwerste Kaiser Mario spielen, das würde ich eher... Ja, da muss ich hin, Kevin. Ey, ich habe, wie beim Telefonat schon gesagt, wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann höre ich auf. Nein. Nein. Doch, ich mache sonst einen Level 10er Run, das ist auch okay. Nein. Ja, ich muss Sachen zusammenplanen, damit die ich aufwerten kann. Ja. Und ein bisschen mehr Trink ausprobieren. Ja. Ja, du hast ja die Möglichkeit, bevor du Bosset legen, zuerst mal hier Sachen vorbereiten. Warte mal, hier ist doch irgendwo eine Hütte. Ich bin weiter hier. Hallo. Ja, da ist sie. Warte, jetzt ist es doch so, als ob du meine Sicht nehmen würdest. Ja. Ich werde dich wieder ärgern. Ja, ich habe dreimal die Luft oder viermal die Luft gesch... Wer ist die Kuh überhaupt? Das ist die, die hier Sachen aufwerten, zusammen mit. Ach, die ist das alles. Ich wollte sie gerade töten, als du meintest, töte sie mal. Ich weiß nicht, warum ich das machen will. Hör ich da auch fast drauf. Ja. Und du kannst, etwas später... ... hier dieses... ... so, schießen zu irgendwas, das auch... ... von diesem Haufen mit Leichen im Schluss, wenn die Messer... ... dann zum Out-Aven-Board geht. Dann ist hier auch irgendwann diese Auge von mir... ... ähm... ... klar, dass es ein Level ist, dann... ... ein Level... ... mehr im Leben. Ich weiß, es sieht gerade so aus, als ob ich verwehrt bin, bin ich ja. Ich habe den Weg hier gesehen. Hä, wo ist denn jetzt der Weg? Ich weiß auch nicht, warum ich es finde. Kann ich nicht... ... und nichts behändigen. Ich lass sich hier kommen... ... und ich weiß... ... was war der Weg? ... aber... ... der Weg? Ich bin in Level 1 der Bingo irgendwo immer. Kannst du auch, ja? Ich glaube, da kommen wir weit, aber... Vor allem ich? Hallo, du solltest dich hinsetzen! Winkt er einfach. Was? Bongo? Winkt er einfach nicht. 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 Schnell. Ah, das... Winkt er... Winkt er einfach. Wichtigsten Alchem, die goldene Hute 1. Wichtigsten Alchem, die goldene Hute 1. Hilfe, ist Hilfe! Elavie, ruf! Winkt er einfach nicht. Hallo? Warte, ich höre? Entschuldigung. Oh, ich bin das. Aber ich weiß noch mal, als ich alleine angefangen habe, in meinen anderen Run, den ich nie beenden werde, habe ich ihn gesucht. Alexander? Ja, und ich dachte, finde ich. Dann habe ich ihn per Zufall irgendwann gefunden, als ich da mal hier längs gelaufen bin. Oh, hier kann man hoch. Wieder zu. Jetzt siehst du sogar, dass ich mich ein bisschen auskenne im Spiel. Ja, ich bin nach klein und so. Ja, ich habe mich jetzt auch angewöhnt, immer in diesen Wegpunkt, den ich setze, reinzulaufen, damit er einfach von alleine verschwindet. Ja, ich bin so. Ja, ich bin so. Ich bin so. Was ist das? Oh, ich denke jedes mal diese Kerze ist ein Items. Vielleicht ist es ganz gut die Dungeons mal ganz alleine alles anzuschauen. Hä, wie hat er mich nicht getroffen? Wahrlich zu Glück. Bisschen, ne? Dass ich mich genannt habe, ich bin schlecht. Okay. Oh, das ist es. Oh. Oh. Oh, das habe ich nur einmal getroffen. Okay. Ja, die sollen die sich nicht mehr kommen. Die da auf dem Boden lagen schon. Ja, und die? Ach, die ich vorher schon quasi. Also ein paar davon getroffen habe. Oh, ist ja. Ich auch nicht. Ich mache es. Probiert zu funktionieren. Ist doch ok, oder? Ja, überraschenderweise klappt das ja ganz gut, finde ich. Ja. Also nicht alle. Ja, bisher, ne? Ja. Ja, ein paar Bosse nicht. Wie kann ich immer noch machen, wenn ich bessere ausrüsten? Ja. Ich habe es nicht. Ein Fett ruhe ich nicht. Das war doch Profi, meh. Alles aktivieren, alles holen und ab. Diese Kerze, die triggert mich wirklich jedes Mal, wenn man hier so steht. Das war jetzt ein bisschen... Okay, dann komm. Halte mal ne blaue, ich brauch die zwei eigentlichen. Ich glaub ich werd nicht so der Magier hier. Das ist gut, dass ich schon fast treten würde. Aber die Wölfe sind gar nicht so gut. Die Wölfe sind gar nicht so gut. Nein, die Wölfe sind gar nicht so gut. Nein, die Wölfe sind gar nicht so gut. Die Wölfe sind generell nicht so gut. Die Wölfe sind gar nicht so gut. Sind die Kacke die Sachen? Nein, das ist okay. Es macht nicht so viel Schein, aber einfach... Wo kann ich das denn überhaupt hin tun? Ja, da kann ich eigentlich eins und zwei geben. Und ich weiß nicht, wie funktioniert diese... Muss ich die überhaupt herstellen irgendwie? Aber was jetzt genau? Hier dieses Wurzelharz, oder? Wo finde ich? Nein, also das benutzt du oben. Auch hier schon. Alles klar, dann muss ich... Kriege ich die nochmal her? Die finde ich. Sonst kann ich kaufen manche, ne? Ja, die kannst du kaufen. Die Wölfe lief ja ganz gut. Eigentlich. Also es läuft ein bisschen besser als letztes Mal. Von der... Grafik habe ich ja runtergestellt diesmal gleich. Ja. Ja, ich glaube das liegt am Laptop. Ja, es kann sehr hier. Ja, ich glaube das liegt am Laptop. Ja, das war immer. Das ist schön. Das war so. Auch nicht so. Aber ich will gerade Händler ab. Gucken was sie so haben. Ja. Ja. Meine Nase ist gerade ein bisschen verschlafen. Ja. Ja. Ich war gut. Keine Meinung nach wie sie sich klettern. Arme. Weiße. Ja. Ja. Auf. Na ja. Ich wollte ja diese Objektherstellung das dann... Joach. Da kommt Fingermedizierung. Ist kein Problem. Ich rade eh mit mir selber zwischendurch. Was im Treten Donut. So, jetzt habe ich ihm die Nähnadel überreicht. Kann ich mir noch was dafür, oder kann ich nicht tun? Nein, der ist. Es geht noch weiter. Dann können wir ja demnächst mal wieder ein Bingo machen. Ich bin mich inzwischen bereit dafür. Obwohl, ich habe sie auch schon gemacht, als sie noch nicht bereit war dafür. Zumindest spielerisch. Warum sollte ich auch Angst haben? Warte mal, das ist die gleiche Keule, die ich habe, ne? Weiß ich nicht. Ach ja. Warum müsste eigentlich? Vielleicht zu ruide ich. Und nicht, dass ich zu langsam rolle. Wollt ihr das? Letzt du das einmal? Wollt ihr das? Na, wir sind alle da. Okay. Okay. Er nimmt mal Antibiotikum eigentlich als Tablette oder? Als Tablette nehmen. Kein mal. Oh, okay. Ich weiß gar nicht wie groß solche Tabletten sind. Okay, dann hätte ich wahrscheinlich auch Schwierigkeiten. Der muss so durchgehen. Der muss so durchgehen. Das hast du nicht gesehen, oder? Das hast du nicht gesehen, oder? Okay, das ist scheiße. Okay. Der muss so durchgehen. Der passt an. Der passt an. Der passt an. Guck mal. Der passt an. Der passt an. Der passt an. Der passt an. Und so ekel. Ok, es soll auch nicht schmecken davon abgesehen. Aber, es soll einfach wirken, ja. Ich glaub ich bleib doch bei der einen Hand. Okay. 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 Jetzt ist noch mal nichts. Letztes Mal nicht zugekommen wäre ich nicht gestorben. Ich vermisse ich muss da wieder hinlocken. Klick, klick und weg. Wegen der Goldene Rune 1. Oh! Echt schlimm, der Manni. hier 1, 2, 1, 2 so endet das schon perfekt live flanker er wird ja nicht mal mal ja 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 so haben sich ein wolf ist weg und warum ist hier nur ein hallo verpiss ich da endlich ja das verstehe ich auch nicht was ich spiele das ist ja auch wenn das bei mir der dank ich weiß nicht was mir passiert bei unserem gemeinsamen run der wir zusammen run hatte ich Radar gemacht weil ich endlich in die hauptstadt wollte und die quest von bernard machen wollte habe ich auch gemacht und war dann in so eine hölle reingegangen um das feuer schon mal zu aktivieren so wenn wir zusammen spielen und dann ist auch dieser eine vogel der da kommt wenn man zur tür läuft ich lauf da rein der backt auf einmal packt sich der vogel in den boden und tötet mich in der höhle der rennen weil er sich da nee da habe ich einfach so gespielt ich habe ja nicht damit gerechnet da habe ich auch gedacht schrott richtig durch den boden schrott irgendwo das ist wichtig was noch ich glaube ich schon auch ich dachte ich auch seine nachricht ich glaube da ist nachrichtig sehr wichtig nutzlos kurz gesagt trauer klar boah das ist schon sehr wichtig ich denke auch nur ganz dezent schlechte laun für uns die die . ich frage wo es bin das das auch immer warum müssen die x-rays nicht benutzen das kann ich dann also benutzen hier dass ich meine status meine werte gar nicht kenne ich bin echt perfekt aus überall 10 außer bei weiß jetzt habe ich 2 ja ich will meinen wichskopf wieder anpacken die gräber hier ab den hätte ich einfach fast geschlagen mit dem ich jetzt rede den hätte ich immer einfach geschlagen weil ich dachte das wäre ein gegner aber der ist ja noch einmal nicht so offen ich habe ihn da noch nie gesehen ich weiß selber nicht wie lange ich es muss doch irgendwo stehen weg was hätte ich mein handy weggeworfen ich habe noch nichts heftiges erreicht oder woher im bosse gehen wein 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 das ist so ok hier der da hinten Soll ich das eigentlich sparen? Geht's zu Margit oder? Ich versuch. Wollt ihr einen Tipp geben? Gewinn? Ja nicht. Kannst du gerne machen. Der Händler bei der Weakling Kursula anfangen und der ganz ganz hinten, dort hinter der Kirche Zellender eingesperrt ist. Und der Händler hinter dem, war es die verkauften Schmiedesteine. Ja die hab ich schon geholt. Also ein paar. Okay. Also 15 Schmiedesteine eins hab ich. Ja aber ich versorgen du kannst. Okay also welcher Händler nochmal? Der nach Alexander. Hoffentlich. Den hier. Bei den hab ich geholt. Bei Selen irgendwo meint ich. Da hab ich das. Dann um. Bei Halbinsel kommt's denn. Bei dem Schwarzen Ritter und dann ganz am Ende. Dieses denn? Welche anderen? Ja aber ich will zur Halbinsel, wollte ich dann nur einmal. Warte mal ich dann bin ich falsch. Warte mal ich muss. Ich muss mich kurz orientieren gleich wieder an der Karte. Ja, ich weiß wo du meinst, glaub ich. Wollte jetzt, weil ich hier kein Feuer in der Nähe hab, wollte ich hier hin, da gleich raus, weil hier ist ja gleich irgendwo ein Feuer. Ja, genau. Ich weiß auch jetzt welcher Zauber mir fehlt, also welcher Anrufung oder Zauber mir fehlt. Ich weiß den Namen nicht, aber ich weiß wo ich bin, im Schneegebiet. Da ist irgendwie so eine unsichtbare Partie, wo ich längs laufen kann. Ach ja, da stören wir. Ah, ich erinnere mich, da sind schrecklich. Ja, und die hast du mir nie verraten. Ja, aber das Problem war, wir hatten, wir hatten nämlich diesen einen in Kassel-Solden, einen Area-Boss oder noch gar nicht mehr. Gut, das müssen wir dann dieses Mal machen. Ja. Weil die brauche ich. Weil dann habe ich nur noch zwei Quests. Also eine, also was heißt zwei Quests. Nur noch eine Sache, die ich erledigen muss, das ist der andere Dings. Dann habe ich alle Trophäen gesammelt und kriege meine Platin. Meine erste Platin-Trophäe. Ich hätte zwar nie gedacht, dass das Elden-Ring wird ausgerechnet. Ich sehe den 1er-Run einfach wie so ein Bingo. Einfach schnell überall hin. Wenn ich... Hier irgendwo gibt es doch die... Ne, ich... Die große Queule weiß ich nicht, wie ich die finde. Ja, die gibt... Klar, du. Klar, auch nicht. Ja, ne. Kannst du sogar... Okay, die hätte ein bisschen mehr Reichweite. Ah, hier kriege ich noch einen Stein. Das kriege ich ja einfach nur längs gerade. Das muss eigentlich ganz kurz aufstehen. Tatsächlich. Tatsächlich. Alter, springt der jetzt rauf? Okay, aber ich weiß gar nicht, was für ein Quatsch ich habe. Ob es auch ein Quatsch? Ja. Ja. Eigentlich egal, wer du... Ob dein Vater ist mir egal. Ja. Ich finde auch gut, dass ich immer so nett bin zu dem... ...NPC. Ja. Ja. Ich packe die jetzt einfach. Timo, hier trifft man ja das erste mal hoch. Kann mir einfach alles das war ja noch nicht ich hatte Lust sich einfach sterbe ja es wird tatsächlich da wäre ich aber auch nicht nochmal hierher gekommen hast du jetzt von dem den Dinger gekauft habe ich gekauft da oben ist ja der Baum dann könnte ich mir hier noch die heiligen Dinger holen da, jetzt habe ich ihn gefunden kaum Schaden bekommen wann kann ich eigentlich was muss ich machen damit ich in den Roundtable holen kann ähm du musst entweder Margit oder du musst nach Kaelid reiten dich an ein Feuer setzen ich wollte mir selber Gesundheit sagen ach so das war Nisa dann gesundheitlich ja ich habe genießt wollte mich eigentlich ich wollte mich eigentlich entschuldigen ja weil ich mich weggedreht wahrscheinlich ähm abgenießt und wollte sagen oh Entschuldigung oh Gesundheit wollte ich dann sagen ja warum nicht kack im da muss ich ja gar nicht hin gleich rechts rüber also ich mache einfach selbst Gespräche nicht wundern ja nicht einfach im Gedanken wenn ich schon mal hier bin kann ich den boah ich hasse den Boss auch wenn ich mich nicht war 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 Das war so toll. Ja. Der ist ja auf die anderen. Der ist ja auf die anderen. Oh, ich wusste, dass ich tot bin. Für dich muss es ja auch ganz gut sein, du siehst noch nicht, was passiert. Okay, ich bin tot, ich bin tot. Ja, ich sehe es ein bisschen später. Aber das passt dann ganz gut aus, was du vorher schon hörst und denkst du, kannst dann schon mal gespannt sein, was passiert. Ja, oder aber, oder es nimmt die Spannung weg. Okay, ich sage einfach gar nichts mehr. Nein, kannst du ruhig kämpfen. Ist egal. Aber so ist es auch, wenn wir manchmal telefoniert haben und du gespielt hast, du sagst, oh, geschafft und ich denk so, was geschafft, ich sehe noch gar nichts. Ja, ja, nein, das ist halt so. Ja. Rede, was du möchtest. Mach ich es, oder soll ich? Also, die Pferde hier, also die Pferde, das Pferd. Boah. Ich glaube, was passiert hier? Was mache ich? Hilfe. Interessant. Echt nicht, ne? Hier ist glaube ich, dass es hier dieses Kochbuch gibt, dass es hier die Sloop könnte geben. Ich weiß es nur, bis ehrlich, ne? Ne, das ist da nicht hier, keine Ahnung. Ich weiß es immer nicht, wo ich bin. War ich hier noch nie. Ich bin irgendwie komisch hin und her gespielt, angsthaft. Ich dachte auch gleich, ich bin tot. Ich dachte auch, du fällst zugleich. Ne, ich weiß auf jeden Fall, wo ich bin. Hier ist gleich dieser Riese. Da ist die Kirche. Okay, ähm. Wurde zu ihm. Bleib dabei, äh, den Markheft zu machen. Ja, Marco hat es auch nicht geschickt. Ja. Hehehehe. Feiiine. Aber lief doch wieder Bombele. Als Königreich voll Versager. Ja, aber man, wir könnten auch einfach sagen, ja, wir haben halt nicht so viel Zeit wie du, aber... Ich zumindest. Als Ehemann und Familienvater. Das wäre auch ein bisschen übertrieben. Ja, aber ich bin ja dabei, jetzt meine Aufrüstung aufzuwerten. Nein. Ich hatte auch... Der hat mich wirklich einfach gewonschattet. Ich denke, ich bin toteschnell. Sag, sag, was ich... Ich habe gerade... ...heil so ein Kack-Kreidigung gemacht. Sag, was ich tun. Sonst läuft's in Orna bei uns Inwiefern? Was soll denn noch laufen? Also der Krieg sieht schlecht aus schon mal? Ja, warte, ich kann ja auch mal kurz rein Du kannst aber was im Herker machen Nur wenn ich will, ne? Stimmt, den konnte ich schon vorhin, als ich meinen Krieg gemacht habe Aber ich bin gleich rausgegangen, um die zu schreiben Das geht doch einfach Ja, eigentlich geht das Ich weiß nicht, wie es Verteidigung, guck mal, Verteidigung haben die noch nicht gekämpft Aber erst mal Marco schreiben Online? Ja Kannst du auch mal im Krieg gewinnen? Ich hab zwei Schau, aber ich weiß nicht, wer der zweite ist Wer ist das ja, Marco? Ich hoffe, er nicht Marco Ja, du hättest Aber dann muss man sagen, man hat Anu gekonnt gewonnen Allez schön, wie sieht dat Ich bin Qudra Ja, ich bin Qudra 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 Hier gibt es ... Watch ... Auch ein ... Was ist noch? Da ist irgendwas auf ihm. Ja, Plus. Wie kriege ich eigentlich die eine hierher, dass sie ... äh ... sitzt? Entweder du machst das Schloss fertig, oder die ... Dann ist das, was wir uns auch gleich machen. Plus 4 habe ich hier. Oder ich habe das eben gemacht, die abgelassen. Ja. Du meinst hier im Schloss, ne? Hier. Ja, ich meine die nicht ... Ach so, ja, weil ich das was ... Bezögert sie. Achte erst auf das ... Grüngesprochene, nicht was ins Telefon kommt. Ich meine hier in diesem Schloss. Nein, nicht in dem auf der Halbin. Nicht da? Nein, dort hinter Margit. Ach, ich muss nach Margit. Stimmt, ich erinnere mich. Da ist ein Dings. Egal, ich ... Mach Margitsch. In der Luft. Ja, ich denke auch, hier ist eine aufgewertete Waffe. Ich meine, du kannst hier noch große Scherben holen und die Waffe ... In der Luft. Ja. Ich brauche dich. Ich habe mich schon weg-heloportiert. Wenn ich mir ... Was vorgenommen habe. Hier. Kann mir auch einfach den hier zur Hilfe rufen. Das darf ich eigentlich. Ja. Also den dürfte ich rufen. Ja. Aber dann kann ich meine Wölfe nicht rufen. Doch. Wenn ich ihn rufe, kann ich trotzdem die Wölfe rufen. Ja. Wenn ich in den Приge��이f will. Ja. Ich mach mich nicht. Ich mach mich nicht. Aber wirklich. Wenn ich mich ... Ja ... Ich mach mich nicht. Was ist ... Ja, ich mach mich nicht. Wirklich nicht. Tja, das wird nicht wird schon beim ersten ersten Rutsch wird schon beim ersten ersten Rutsch Ich bin froh, ich will mich nicht. Manchmal habe ich mehr Glück, als du schnittest. Ja, bestimmt. Ich bin froh, ich bin froh. Ich hab nicht mehr gesehen, was ich nicht mehr gesehen habe. Aber das ist ja auch nicht mehr gesehen. Ich bin jetzt der erste Mal. Ich bin jetzt der erste Mal. Es wird nicht so gut Da siehst du Irgend ein Item Wo bekomme ich das? Ja, na du musst ins Schloss kommen Muss ich auch den anderen Nee, nee, du musst Joa, ich weiß nicht Warte mal, irgendwie kann man hier Weiß nicht, ob es wichtig ist Ja, fast Ja, weil es mich Unglaublich Anstrengend Oder weil es einfach warm ist Was habe ich denn gedrückt eben? Ja, ich weiß nicht Wenn die Gäste Du bist Ja, natürlich Wenn du das Ja, Tone Die Gäste! Auf die Gäste! Ich will da gar nicht durch. Schlimm wird. Boah, das wird echt schlimm hier. Ich weiß nicht welchen... Ähm, jetzt nicht. Welchen Haufen denkst du meinst? Ja, du musst durch das Haupttor ins Schloss gehen. Haupttor? Ja. Egal, jetzt hab ich das. Ich weiß doch nicht, wo die ganzen Dinger oder Typen da sind. Vorbei an denen. Und was? 14.000 Seelen, ne? Ja. Soll ich kurz leveln? Aber vielleicht ist es Einkaufen. Hoffmesser kaufen ganz viele und was. Aber wenn du stirbst, könnten sie weg sein. Ich weiß, du bist sehr gut darin, die immer zurückzuholen. Kannst du auf Nummer sicher gehen. Ach, wenn ich da durch einen Haupteingang muss, dann sterbe ich eh gleich. Ganz oft hintereinander. Kann ich mir auch das Geld für Wurfmesser ausgeben. Ja, und es gibt auch Blutungsmesser, die der da verkauft. In den schwarzen Reiter, die da bei... Da hab ich ja diese... Ach, wie heißen die? Außerdem kannst du auch die anderen Händler alle abklappern und gucken, was... Ich geb jetzt erstmal Geld aus. Dann mach ich... Hol ich mir das Item. Und dann... Hab ich überhaupt schon was um meine Kack-Wölfe da besser zu machen? Weiß es nicht, aber wenn du mit dem Fahrstuhl runterfährst, da sollten... Wir könnten... ...worte gehen... ...vergleich seines Stufe am Mars. Ja, wegen... Teiler perfekt ausgegeben. Ja, was ist los? Vielleicht 20 mal zusammen sterben, dann hab ich keine Lust mehr. Dann sag ich, komm lass zusammen spielen. Ja. Hellen Ring ist auch so ein Spiel, da sterbe ich und hab dann keinen Bock mehr. Ja, jetzt komm mal drauf an, gib mal ein Stück. Okay. 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 Das war schon mal drauf in mir. Okay. 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 Ach... Komm. Jane. Cool, das hilft jetzt, das Item zu... Der Kapytuyorum. Der Kapyt ͚ Wo muss ich danach überhaupt längs? Was? Ich weiß nicht wo ich längs laufe. Ich seh auch fadlangs durchs Vorfeld. Ja ich bin durchs Vor gelaufen. Da ist auch noch Rüstungsteile. Und wenn das ansonsten ist, ist auch ein Herr in Fae. 13. Oh Ich weiß nicht. Immer noch. Naja, ich mach das mal. Ja, das kann ja sein, dass du sch*** kannst. So, ne, ja, ok. So, ne, 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 ok. Ponnen Okay. Ich weiß nicht welchen gleich genug. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. 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 Okay. Okay, wo finde ich jetzt diese blöde Kuh? Die sitzt immer noch in der Hütte. Kann ich ihr das da schon geben oder muss ich erst? Ja. Also ja, ich muss erst durchmachen, oder ich kann hier schon... Kannst es hier schon geben. Weg geht wer da, wo sie war in der goldene Saat liegt. Was heißt denn hier drin? Das ist noch ein Ladefisch. Servus! Ja. Ich wünsche dir nichts. Das ist doch toll. Ich bin nur noch ein Ladefisch. Ich bin nur noch ein Ladefisch. Mach du das? 2. Rundtabler mit den Händlern meine ich ja auch. Der Händler ist der Schmied. Nein, mit dem Händlern. Nein, mit dem Händlern. Sie ist krass, aber ich habe eine andere Augen gesehen. Ich habe es wirklich gar nicht versprochen. Ich gehe einfach nicht. Hey, ich habe eine goldene Sache bekommen. Ja, dann liegt es. Ich glaube, ich darf es schon wieder. Wem will sie bitten? Will irgendjemanden was bitten? Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich musste es herausfinden. Ich habe das einmal gemacht. Weißt du? Bei den letzten Malen startet sie die ganze Zeit. aus. Was? Die Blühe ruf. Was? 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 Ich habe dich zu beten. Ich bin nicht mehr sicher. Ich bin aus, aber... Und wenn es da... Ich bin sicher, dass Roderika... Was ist das für ein Schum? Ich bin unbezüglich eng. Boah. Na da an schon. Gehen wir den? Na du kannst nicht zusammen so. Ja, aber ich hatte Schwierigkeiten mit meinen 300 Engen. Ja. Sogar einmal gestorben. Ja, und wie? Hatten. Hatten zu lernen. Also will ich schon. Ich mach alles, wenn ich stärker bin und Sachen hab. Kannst du machen. Erstmal ein paar Karten. 4 Bosse hab ich gemacht. Magel? Ja, ja, naja. Aber gar nicht so schlecht. Für anderthalb Stunden. Na gut, Kevin. Ja, es ist. Guck ich und ich kann Sachen nehmen. Ja. Ich hab's ja leider in Nachhol, nachdem... Ich hab's ja leider eingeschlafen. Ja. Da lag ich da und... Ah, hab mein Handy noch in der... Ich hab's geschafft, ich hab mich so gefreut. Das war auch für die Tür. Deshalb muss ich dir auch gleich schreiben. Ich wusste, wenn er sich unten schafft dann. He, der Knack. Fass es nicht. Ja, relativ sicher. Ich weiß gar nicht, warum ich Sachen anfühle. Was? Ich weiß gar nicht, warum ich alles... Also ich hör ja nicht alles, weil ganz schön Sachen ich einfach nur drauf mache. Dass ich Sachen... ... muss es ja eigentlich nur drauf machen, oder? Ich denke, wie manchmal so einen Zwang, Sachen aufzuheben. Außer diese Blumen, die hebe ich schon gar nicht mehr auf, weil ich die nie brauche. Jetzt hab ich's zwar gemacht, aber... Ich darf anscheinend nicht darüber sprechen. Aber auf dem Pferd Sachen anzuweisen, ist echt schlimm. Ich hab's doch irgendwo der Eingang... ...der Ausgang. Alter, ich häng hier im Baum fest. Was? Nee, ich hab das schon gefunden. Wo komm ich eigentlich hier hin? Ähm, irgendwo. Bring ich hier nicht irgendwo runter? Ja, nach. Nach. Ja, hier, da oben. Was ist weg? Was ist weg? Was ist weg? Es gibt noch einen Zähler, aber es ist ein Minimum. ist das diese rüstung die du geholt hast da im schloss? das sind die kleten rüstung ne die habe ich mir nicht geholt weil ich dabei gestorben bin sehr gut ne das ist so eine stoffkleidung die habe ich bei eng ein gegner ich glaube da hast du einen patch kann natürlich was denn? muss daher ich glaube auch ich weiß nicht ja doch irgendwas kommt von da raus ja da gibt es die 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 Ja, dieser Böse, der dich attackiert hat. Ach, dieser kleine Scheiß. Es ist oft, dass so kleine Dreckshunde... ...oder Fuß... ...gerne nenne... ...so hoch-aggressive Tiere sind. Ja, wobei ich finde... ...Härchen... ...das natürlich... ...immer im Härchen... ...die blöden Hunde... ...die blöden Hunde... ...die blöden Hunde... ...die blöden Hunde... ...denken das ist... ...das ist... ...das ist ein Schoßhund. Wir verstehen gar nicht das... ...und ein Hund ist ein wildes Tier... ...das nicht rational zugänglich ist. Ein Kuschel... ...weißt du, der hat's einfach nicht erzogen. Naja... ...zu fassen... ...die sind ja Menschen... ...weil da ein Hummer... ...denn ich, dass da einer ist... ...weil ich steh hier... ...auf einmal ist da so ein Hummer... ...der hier gerade rumsteht... ...den hab ich noch nie gesehen... ...den hab ich zum ersten Mal gesehen... ...warte mal... ...och nee... ...nicht die... ...ich zeig dir... ...wie man die Profimäßig macht... ...hab ich das Feuer aktiviert... ...da hat's schon... ...da ist nichts... ...da ist nichts... ...weil ich nicht das Himmel gekommen... ...verheil mit meinem Level... ...alter... ...und... ...und... ...fache... ...fache... ...mach vielleicht erst mal die Fackel... ...werdeh... ...wann ... ...undke... ...Werdeh... ...doh... ...und... ...走吧... ...doh... ...eehh... Okay. Ich bin hier nicht spürt, ich bin hier nicht Untertitelung. BR 2018 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 Okay. 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 sehr wichtig sehr wichtig Ah, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Schau mal, wir haben doch vor kurzem erst gehabt. Also durchgelaufen. Uiuiui. Oh, 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 oh. Wollte ich wissen. Ich werde mich noch ans Feuer setzen. Ach. Ich war mein Sky, ne? Ich weiß nicht, ob das... Geil. Ich brauche nicht so viele Items. Ach, das Item. Ja, ich war nicht so viele. Ich bin so viele, ich hab nicht so viele. Ich war nicht so viele. Ich hab nicht so viele Schünen. Oh! Oh! Gut. Live gut, oder? Lauf. Performance wie bei Orna, ja? Auf jeden Fall. Ähnlich gut, ja? Also immerhin hältst du deine Qualität, ja? Ich halte die Qualität. Deshalb weiß ich warum du meintest, ach das geht so was. Bei Flankons so durchrennen. Weil ich die gar nicht brauche so. Ja genau, du bist... Osten. Darf ich extra ein Item machen? Kann ich eigentlich hier so abkürzen? Bauer, passt doch mal. Ich wusste es auch nicht. Wissen wir für den nicht mehr. Ja, ich mach ja nicht. Ich dachte, ich sollte heilen. Ich dachte, ich sollte heilen und bei mir hast du halt noch volles Leben. Ach so. War es für mich so... Bart. Ja, hatte ich aber nicht. Aber genau, das was du mir geschrieben hast, klar. Was ist denn? Was ist denn? Ich kann aber, was war das? Das war für mich so... Worte. Voneinandergereiht ohne irgendwelche Grammatik zu verachten. Na ja... Also ich... Gar nichts überstehend. Direkt schon. Entschuldigung. Soll ich dir mal vorlesen. Was? Kannst du gerne mal. Ich verstehe nicht. 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 Nein. Also nein. Der hielt schon immer nur Marco. Was? Nein, der hielt schon immer nur Marco. Okay. Ich wollte sagen, nein, der hielt schon immer Marco. Also es gibt ja irgendwie... Das Metall ist total toll. Has anyone ever really... Artist? No. So. So. Der hin... Und immer nur Marco. Was? Nein, der hielt schon immer Marco. So. So. Der hin... Schon immer... Nur Marco. Ich wollte sagen, der hielt schon... Immer nur Marco. Ich möchte, dass es jetzt bitte ein Running Gag zwischen... Gerne. Dass wir... Wenn wir uns sehen, dass wir uns... Nein, der hin... Schon immer Marco. Ey, ich weiß auch nicht was... Manchmal funktioniert mein Kopf nicht richtig. Nein, das kann auch sein, dass das Auto... Nein! Ich hatte es wirklich einfach so geschrieben, glaube ich. Ich hab ähm... Genau. Ich hab ähm... Ich hab ja der Polizei gestern... Weil sie... Sie wollte die Fotos von dem... Äh... Fotos... Weil der Arzt das... Verarztet hat. Und... Screed hat gemacht... WhatsApp... Ne? Ja. Und... Die... Ich... Das ich... Eine Adresse schick... Weil es der Akte... amm... Und... Ich hatte dann gefragt, was für ein Betreff. Und sie meinte, es ist egal. Weil sie meinte, sie... Sie geht jetzt nicht... Post dahin und... Das wird gleich der Akte... Hat dann einfach geschrieben, also... Mein Name ist dann halt Hundepiss. Der hat Hundepiss in... Hundebesitzer geendet. Und dann stand da Hundebesitzer und mein Name... Das war so, okay, das war nicht, aber, ja. Vielleicht denken, wieso, du bist der Hundepassel. Ja, genau, ich war der Hundepassel, ich hab mich von meinem Hund beißen lassen und hab mich dann selber angekündigt. Ich bin vor der Polizei weggelaufen, während ich mit mir telefoniert hab. Das fand alles nur in meinem Kopf. Wie wär's, war neu, dass du noch... Mir auch. Außer du meinst, dein Kind, das wär ganz schön Asusgang von dir, aber... Das ist so, wenn ich nach Hauschen gefragt werde, wenn ich irgendwo arbeiten bin. Ja, mein Kind. 3, 2, 1, tot? Rief gut auf ihm. Gerade hab ich nicht. Der Boss, der lief auch nicht so gut. Also, er lief eigentlich... Ja. Ja. Och, jetzt... Ja, ich bin einfach nicht... Ja, jetzt gerade würde ich deine Performance auch nicht... Ich glaube, das schränkt mich zu sehr an. Das ist ein 1er Run nach 2 Stunden. Fast 2 Stunden. Ja. 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 Aber die machen. Die reden nicht darüber. Die reden nicht darüber. 3, 2, 1, mach Kev. Ja. 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 Da." Das Gebäude sehe ich doch nicht zu mir. Das Gebäude sehe ich doch nicht zu mir. Boah, darf ich auch mal wieder auf meine Karte gucken? Nein. Ob ich die aufgedacht habe? Oh, ich bin... Oh, ich hab die aufgeweckt und dann reg ich mich um bis zu einem voneinander. Ja. Boah, das Geile ist auch, ich bin ganz woanders hingelaufen als ich ihn wollte. Ja. Aber das ist gut, das kann ich wahrscheinlich wieder auf die Karte gucken. Aber ich war schon in der Nähe, wo ich hinwoll. Ja. Ja. Bei der Karte ist ja auch noch ein Feuer, ne? Äh, ja. Ich glaube, das ist ein Kommer, da. Aber das gibt ja auch nicht oft, das Vieh greift mit einer auf den Klinik in der Entfernung. Noch mal so ein Schreckriff. Da mag ich auch nicht. Ähm. Ach, das hat ihn nicht. Ich weiß es nur, ich hab noch nie gedacht, dass er nicht mehr geht. Dann fangen alle mit mir zu. Ich hab mit zwei Menschen darüber gesprochen. Mit mir selber und mit dir. Zu welcher Meinung sind wir gekommen? Das ist eine Frage. Okay, dem kann ich zustimmen. Dann stimme ich mir und dir zu. Der Fall. Okay. Das ist eine ingenehme Karte. Ja, auf jeden Fall. Karte kriegt er irgendwo hier oben. Ja, aber da. Man muss ein Stückchen weiter oben. Vor dem Ruh. Irgendwo. Ende Mann. Hättest du Lust, unseren Ruhm weiterzunehmen? Ja, ich bin so müde, Kevin. Ich glaube, dass wir es in den Klinik kommen. Sei mir nicht böse, aber ich glaube, ich... Also Lust, ja, aber ich... In der Zwischenzeit, gleich morgen, ich glaube, auch die... ...Fung, äh, die Schlaufe, beziehungsweise mal. Ja. Aber merke ich... Ich bin hier so... Würde ich die Cam anmachen, dann wäre, glaube ich, vielleicht die Spitze meines Kopfes. Da ist immer ein Hohmergefühl. Ähm, also hier ist ein Boss. Nein, 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 dann ist das nicht. Ähm. Hier ist so... Ich weiß nicht. Item hinter dir. Ich habe keine Ahnung, wo du bist, Kevin. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Sehr gut. Kann natürlich auch sein, dass es an... ...küren macht, ne? Kann natürlich auch sein. Weiß ich das genau? Weiß ich nicht so gut. Das ist halt schrecklich. Das ist wegen so'n scheiß Kleffer, ey. Ja. Weißt du was merkwürdig ist? Was? Telefonieren zwei Stunden und eine Minute jetzt und nicht aufgelegt. Oh. Warum spricht man davon und dann passiert das? Sprech Spartanys. Ich hab das nicht erwähnt. Ja. Verlust. Ich hab gesagt Po, aber auf dem Sprecher nur das Po. Ja. Mehr hab ich auch nicht mehr gehört. Das Ohr hab ich nur noch gehört. Also hat jemand zugehört und gesagt ne? Ja. 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 Das geht so nicht um sich beide. Auseinander. Irgendwann sprechen. Das war ja stürm. Wird auch langsam. Was? Wird aber auch langsam so'n bisschen. Da ist okay. Na. Da hast du nicht vergessen. Da hast du nicht vergessen. Da sind wir gebrochen. Das ist auch. Das schlaucht auch psychisch. Ja. Das was du hattest mit der Arbeit. Das schlaucht total psychisch. Die ganze Scheiße die ich gestern hatte. Das schlaucht auch psychisch. Kann überhaupt aus sowas kommen. So viel halten. Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das schlaucht? Was weißt du? Ja. Vor allem was... Wer ist ja auch das Erbebeuteln? Kann... Schwimmis oder Luft übertreibst. Vor allem übertreiben. Du wurdest gebissen und fertig. Ja ja natürlich. Da kann die Wunde noch so groß sein oder... Das ist völlig egal. Vor allem... Eigentlich... Eine... Ähm... Meine Freundlichkeit gewesen. Sich nicht so... Kontipulitei-Jungen abweist du. Aber wenn er mir so kam. Hab ich ihm gesagt. Ne. Weißt du. Wenn du so bist. Dann will ich im Prinzip nicht. Dann will ich mir so... Du hättest ja auch noch ganz anders reagieren können. Vielleicht hätte auch den Hund losgehen. Ich glaube ich werde... Ich glaube ich werde... So das was ich gemacht hätte. So ich hätte den... Der Kaffee getreten. So. Weil... Da ich ja eh weiß. Mir kann ja nichts passieren. Und so. Wenn ich ihn kaputt trete. Den Hund so. Außer dass ich... Der mich anzeigen kann. Wegen Sachbeschädigung. Super. Solange hier... Haustiere als Sachen... Dann... Würde ich mich so... Es ist ja auch dann die Frage. Ob das... Selbstverteidigung... In meinen Augen geht es in Richtung Selbstverteidigung. Wenn das Vieh mich beißt... Darf ich es treten. Wenn es... Da... Leider aus Versehen... Ein bisschen von Druck geht. Das Tier ist es nicht mehr. Aber... Natürlich würde ich mich wehren. Wenn ich so ein... Kleiner kommt. Dann würde ich ihn treten. Den würde ich auch ordentlich treten. Den besitzt er gleich mal. Ich weiß gar nicht. Also guck mal. Ich reite auch nur noch rum. Ich weiß gar nicht mehr. Du wolltest hier die Karte dahinten. Da vorm Helm. Da oben. Da, der Helm. Ja, ja. Ja, aber weiter... In den Ruinen. Ja, ja. Jetzt erinnere ich mich. Aber die Karte ist davor. Ja, ich finde es immer nett, wenn es aufgedeckt ist. Auf jeden Fall, Kevin. Also, Kevin. Ich bin auch rumgeritten. Ich habe diese... ... 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 Aber wenn du dich hin und her beamen kannst, was ist eigentlich? Kann es sein, dass dein Tab nicht funktioniert? Naja, und wenn du dann halt schon die ganzen Feuer hast, dich dann hin und her beamen kannst. Mach an. Und deswegen, sag Kevin, mach dir gar keinen Kopf. Ich hab das nicht gemacht. Ich hab das gemacht. Sobald ich mich nicht mehr... Aber die konnte ich halt nicht mehr... so viel... ähm, sehen, weil ich dann teilweise arbeiten musste, dann war alles klar, da ist es schon so. Du warst gefühlt angefangen und dann beim Boss. Ja. So kam es für mich manchmal vor. Okay. Ich hab ihn mal geschlagen, danach war er weg einfach. Okay. Hä? Oh, watch out when I'm absorbed. So if you come to, I am after you to who. Oh, schuldigung. Danke. Hier hundert Orozco. Oh, groß. Oh. Warum nimmt mich ein, ich will alle, ne? And the Boerwass. Something. Fünf habe ich jetzt nicht mehr Zeit. Den Händemann probiere ich erstmal. Den würde ich auch spät. Aber ich glaube ich werde auch aufhören. Ja, ist auch ok. Komm mal hier, zeig ich weiß nicht, warte ich. Kann ich währenddessen einmal kurz in meinen anderen Run reingehen? Kannst du auch den anderen Run spielen? Ich glaube ich bin zu müde. Alles gut. Du weißt, ich spiele immer gern mit dir. Aber es ist gut geschlaugt weißt. Aber ich glaube, ich wollte nicht zocken. Ja alles gut. Ich überlege auch noch, ob ich meinen Raspberry Pi anschließe. Da war es schon. Ich bin zu schlau. 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 Es könnte sein, dass mir bald die Augen zufallen. Ich gehe so. Ich bin zu schlau. Ja. Ich kann zu schlau. Ich war für eine halbe Stunde. Oulat erzählt das, dann muss ich das einfach machen. Ja, aber Oulat ist auch cool. Auf jeden Fall. Weil ich habe auf jeden Fall ein bisschen... Hier habe ich ein Area. Hier habe ich das letzte Gemälde geguckt und die Gemälde alle geguckt. Ich weiß nicht, ob ich ihn da gelassen habe. Guck mal. Aber das ist... Aber ich glaube, es ist alles noch okay. Danke. Fazit. Hey, der sieht aus wie der Boss hier. Aber du siehst ja auch, ich habe drei Sachen auf. Neben dieser Dinger. Ja, der ist noch. Ich habe die gar nicht wieder gefunden. Die Markierung. Außer den einen sehe ich hier. Aber ich weiß gar nicht, warum ich ihn da gesetzt habe. Ich dachte, ich sterbe. Ah ja. Eigentlich wollte ich nur die Karte aufmachen. Aber wollte ich wissen, ob ich den Dings will. Warte mal. Gehe ich schon mal. Kann ich echt mal was kriegen? Warum hebe ich hier überhaupt noch Sachen? Warum hebe ich hier überhaupt noch Sachen? Ich bin ganz verwirrt. Bist du noch was? Ja. Okay. Ach du bist gespannt, was ich hier mache. Ich genieße. Ich genieße meinen Nicht-Karten. Ich genieße meinen Nicht-Karten. Kann ich irgendwo hier sein. Also diese unsichtbare Partie. Ich habe das... Nein, die ist höher. Noch höher. Ist dort, wo du nach aufs... Kann ich irgendwo hier sein. Nein, du warst da schon richtig nach einer falschen Stelle. Ah. Da wo du... Warst nicht... Warst. Okay. Ja, aber... Mach die Karte mal weg. Nein. Ich meine diese Anrufungsdinge, die ich brauche. Da wo diese... So gut. Das weiß nicht. Aber auf jeden Fall hier. Da hoch. Hier ist die Steine hoch. Ja, ja. Ja, das ist ein Feuer. Ja, hier wollte ich ja nicht. Dann weiß ich. Weiß nicht. Nein, ich meine hier diese Andrufung, wo diese unsichtbare... längst ist, wo ich längst laufen soll. Das ist irgendwo im Schneegebiet angeblich. Ach, das meinst. Ja, okay. Ja, ich weiß. Und das soll... Wie ich auf der Karte... Also ich hab das auch nur... Auf dem Handy... Ja, dann mach die Karte auch auf dem Warten, weil ich... Das verstehe. Ich bin der Meinung, das war irgendwo... Aber ich kann mich auch enttäuschen, weil es... Verkleinbar. Oh, gut. Mist. Nein, das ist höher. Du musst nach Norden. Das ist über dem Baum. Über... Über dem Baum. Nach Norden. Nach Norden. Da, stopp, hier ist... Sag mal... Nicht bei der Baumspitze. Ja, genau da, wo du hier... Da siehst du eine kaputte... Da ist... Weil gegenüber von dieser Flucht... Da siehst du... Tiefer. Ich bin jetzt wieder zurückgegangen. Ach, hier. Da war es so tiefer. Nein. Nein. Geh zum Baumspitzen. Ja, hier ist noch eine... Ja, bin ich hingegangen. Hier ist noch eine kaputte Brücke. Ja, genau. Hier, genau. Und da auf der anderen Seite siehst du... Das ist der Tor, wo das... Die hat mir so ziemlich geblasen. Ja, aber dann habe ich das gesehen, weil sie meinte es kaputte Brücke. Dann habe ich das nicht erkannt. Ah ok, da ist er, aber ich ungefähr die Richtung hatte ich. Ein bisschen weiter weg. So, dann siehst du hier sogar noch einen Kack. So, und das ist... So, dann mach ich ihn nicht. Das ist... Mit Fisch in dem Top. Ich hatte den vergessen gehabt, konnte ich auch nicht. Das musste auch einen. Ich hoffe, er springt jetzt nicht außerdem hier hoch. Ich hoffe, er kann sagen. Ok, das wäre dann lustig, das wäre der beste Kill von ihm. Ja. Ja. Ja, und hier habe ich einfach nur... Also eigentlich gar nicht so viel gemacht. Hier wollte ich. Eigentlich hier runter. Da die... Ich weiß nicht, ob ich den... Ich glaube, ich habe die nur aktiviert. Ja, hier war ich auch nur drin. Hier habe ich die Feuer nur angem... Ach ja, du hörst schon mal, was ich sage und siehst gleich, dass ich... auf die Dinger drauf gehe und aktiviert habe eigentlich. Das ist ganz ungewohnt, sonst bin ich immer der, der eine Verzögerung hat. Ja, ja. Der geht nicht anders. Ja. Ich muss aber sagen, es ist ja trotzdem cool, dass das funktioniert, ne? Ja, hier hätte ich ja das eine gemacht. Hier habe ich auch nichts gemacht, außer ein paar Feuer drauf gemacht. Das heißt, man kann hier alles relativ gut machen. Ja. Nein. Vielleicht siehst du ja bei mir Caylet hier. Da habe ich... Außer Radar so... Habe ich da gemacht. Hier ist der Boss quasi noch offen. Also ich kann mir das nicht merken. Da bin ich einfach so müde, dass ich einfach dumm bin und es nicht schnalle. Dass du Verzögerungen hast oder ich bin einfach dumm. Und hier habe ich eigentlich auch noch alles offen. Also ich habe eigentlich nichts gemacht, außer die... Feuer aktiviert. Eng, wo habe ich... Eng, eine Höhle habe ich gemacht. Ich weiß nicht, ob das... War... Aber ich war in so einem Sumpf. Ein bisschen, so einen kleinen Sumpf. Ich glaube hier, diese Kerkerhöhle hatte ich gemacht. Ach, dort wo sie... Ja. Die habe ich glaube ich gemacht. Ja, die musst du dir in jedem Run holen, ne? Ja. Ja, ich finde es auch immer cool, dass man einfach alles machen kann. So und... Geile einfach durchlaufen. So vom Ding her könnte ich auch einfach nur die wichtigen Bosse machen und fertig, so ne? Ja. Die anderen Sachen einfach weglassen, aber... Ja, trotzdem alles ein bisschen sehen, so. Und es bringt Spaß und man lernt das Spiel besser kennen. Ja, das stimmt. In diesem Run war ich, glaube ich, sogar gar nicht hier. Guck mal, habe ich schon wieder vergessen, hier nicht hinzulaufen. Das Schlimme ist, ich muss jetzt nach oben, um mich weg zu teleportieren. Nächste. Ich habe einen Plan. Was passiert eigentlich, wenn ich ihn... Wenn ich ihn... Kann ich ihn... Trauriger Art nehmen? Ne... Ich glaube nicht. Also er kriegt Schaden, aber ich... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hallo? Nur in dem Gebäude hinter dir... Den Edeln hast du nicht gekriegt. Der ist irgendwie festgepackt an meinem Fahrstuhl. Vielleicht ja dann. Ich sehe ihn hier nirgends. Alles klar, ich habe ihn weggezogen. Verteidigung? Ja, das werde ich da immer. Okay. Muss man nicht verstehen, oder? Nein, das auch nicht. Er hat sich halt gedacht, oh Cam ist gut. Der hat keine Ahnung, der ist einfach verspuckt. Ich hasse diese blitzenden Dinge, die sind noch nerviger als der normalen Schub. Ja. Bei mich habe ich noch gar nichts getan. Ja, das stimmt. Ich habe allgemein noch kein einziges Tier gestanden, hier außer Wölfe. Aber die greifen mich auch an, weißt du? Aber ich meine so ein unschuldiges Tier. Okay, den hätte ich jetzt nicht töten müssen, weil der hat mir noch nichts getan, aber... Profisorisch schon mal Angriff. Ich weiß nicht, warum ich immer diese heilige Träne noch aufsammle. Ich mache mir doch eh nichts. Ja, ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, was ich fangen für uns. Stimmt, wenn alle Bosse achtmal da sind. Zum Beispiel. Ich weiß auch nicht, warum ich die Sachen immer wieder aufhebe. Okay, ich spreng mal hier nicht. Ohne Schaden runter. Du bist auf der Ruhe. Kann sein, ich weiß nicht. Kann sein, ich weiß nicht. Ja, da oben rüftet. Okay, ich mache noch den Rufbär und dann... Ich mache ihn nur mit dir. Guck mal eine Doppelgänge. Du siehst den Bär schon, oder? Ja? Also ich rede mit meinem Mimic. Also ich rede mit meinem Mimic. Ich habe jetzt seit dem. Ich habe mich auch recht vermissen. Ja, guck mal, irgendwie, nach vorne kommt erzählen. Der ist gut. Mimic ist geht nicht in die Lech. Bin ja, das geht rein. Ja. Aber der macht echt und dann kann man auch schweißen. Hey, der ist voll entspannt. Hat er auch mal fast voll. Der ist echt entspannt. Ja. Also sind nicht alle Unbeeren so gefährlich. Den kann man halt machen. Der ist echt voll so der Mama, wie er der gleich wäre. Ey, Jakob ist mir. Ja. Auch geil, dass man kaputt machen kann. Das soll ja ewig sein. Der Armbrust. Ja, das stimmt. Selbst mit Dicken bei uns. Ja, das soll ich mal nicht. Ja. Ach, das heißt der dunkle Reiter ist. Willst du den noch sehen? Ja, also ich guck noch und den machst. Den mach ich. Noch dabei. Damit du machst. Dabei ist sie dann. Ja. Warum schlägt der nicht? Alles klar. Aber ich hatte diese Reiter. Da bin ich gar nicht drin. Ja, ich hab's. Oh mein Gott, Kevin. Ja, ich hab's. Ich bin auch froh, dass wir hier. Ich bin froh, dass wir hier. Ich bin froh, dass wir hier. Dass wir hier auch kennengelernt haben. Ja. Absolut. Ein Detour. Nicht nur zu der Gamer. Hör auf. Ich kann echt gerne mit ihm. Also ich verstehe ja die Bosse, wie die. Ja. Ja, wieso. Ich denke, Kevin. Ich denke auch. Einfach nur. Ja. Deine. Deinen Weg finden. Weil ich meine, ich hab Melania ja auch. Ich bin auch nicht nah an sie rangegangen. Weil ich auch dann verschiedene Sachen gucke. Ich muss halt einfach. Art finden, die mir passt. Weißt du? Du hast schon recht. Machst du das so. Das sind keine Area-Bosse, die zwei hier draußen, ne? Was? Die zwei Baum- Weiter- Kack-Fieder. Da. Ähm. Das sind keine Area-Bosse, oder? Selbst wenn es welche sind. Dadurch, dass du die Black-Night. Wobei der Black-Night. Du verschwunden hast. Du hast diesen. Ach. Und? Hinten Schorf. Und der Black-Night. Weil der noch da ist. Vielleicht ja das ein Area-Boss noch da ist. Ne? Da. 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 Ich hab die Skale. Was ich hab? Ich hab die Kriterien. Ich hab die Kriterien. Ich hab die Skale. Ja, das ist schon nett. Das ist Tauber. Doch, nicht da stehen. Ach, das ist ein Arschfall. Wer da liegt. Ich feier gar nichts. Inde. Joa. Ist einfach. Ist einfach eigentlich. Zumindest wenn man dieses Level hat wie ich. Bei dem. Ist auch gut. Ja, ich beende aber auch. Ich bin selber müde. Ja, vielen Dank. Die Affen sind ja anstrengend. Ja. Das heißt. So, dann sieht man halt bei Peter. Ja. 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 Ja.